In Anführungszeichen, wir verwenden auch, wenn wir als Flamme auch Gehende, die Liebesflamme, die Welt und die Daten erzeugen, die Licht und Herbe. Und die Liebesflamme, die Jesus Christus ist. Wie heißt die jetzt? Global Change, beschleunige die Veränderung. Andreas, mach den nicht gesehen. Grüß Gott. Wir sind einheimisch. Einheimisch? In Baka wohnen Sie? Was ist ein Land? Land. Dann kommen Sie öfters hierher, oder wie? Früher bin ich öfter Kirche, wenn die Kirche noch in Ordnung war. Ja, das klingt noch gar nicht mehr an. Ich habe nichts gesagt, wir sind ja von der Liebesflammegruppe, da möchte ich mich nicht ein. Öfter nicht. Das kapieren Sie nicht. Egal. Die zwei müssten jetzt, also ein Ehepaust wieder zurück, weil das sehr schlimm geht. Und die Ungarn haben alle abgefahren. Es gibt drei Katholiken in Ungarn. Es gibt vier Katholiken in Ungarn. Aber so wie im Warteraum, wie im Wartesalb, im Bahnhof. Und hier schreibt der Teufel, Satan hat sich hier eingetragen. Dance, dance, dance. Ach, danke, danke, danke. Lieblingsplatz der Oma. Was sollte der Uwe? Hast du gesagt? Ja, na wo ich das geschrieben habe, das war im Juni ja. Ja, es hat sich geändert. Ich habe eine Traumvision gehabt und gleichzeitig sie, wir beide gleichzeitig. Ja, Uwe, du wolltest nicht, nee. Ich hatte eine Vision gehabt und dann, wo du angerufen, genau wo du selber gesagt hast. Schmähle ist ja geändert. Was ist in der Traum? Schmähle ist ja geändert. Hat er auch genommen. Ich weiß nicht. Ich habe da nicht so richtig. Hast du dein Stichse, weißt du noch? Deine Leder-Korsett? Ist aber nicht im Sommer, nicht? Ist zu reiz. Ist vernünftig. Du wirst, Kaul übernachtet bei mir, das weißt du nicht. Kaul hat übernachtet bei mir. Deswegen? Der ist beim Marsch des Lebens. Aus der Kapitze. Doch. Doch, der hat schon zweimal die Messe mit mir gefallert. Hast du gebetet für ihn? Aber der war für das Marsch des Lebens. Sollten wir aber hingehen, stand in der Botschaft. Total verkehrt. Der hat dafür, für dies, dass die Mutter Mitsprache erreicht hat. Wir haben eine Betreffung. Was lässt du dir vorstellen? Total verkehrt. Aber Kaul macht es richtig. Der hat die richtige Einstellung dazu. Aber der klappt es. Er hat zweimal die Messe mit mir gefallert. Mit dir? Ja. Das Telefon. Oder bitte. Das ist ja langsamer. Das haben wir auch lange gebraucht, gell? Ja. Ich habe auch lange gebraucht. Das Haus geflogen aus seiner Kirche, das weißt du. Und jetzt dachte ich, jetzt hast du gebetet, dass er alles fliegt. Nein. Hat er mich angehoffen, ich darf nicht mehr an die Kirche gehen. Ja, so ist richtig. Der Kaul braucht immer Druck. Die Kirche hier. ofteine Ofteine Oh. Vielen Dank. Ich habe heute einem Fatima Wasser verschenkt. Für Beatrix, die hat er ins Leben vergessen. Ich musste ihn zurückfahren. Sieben Stunden mit dem Auto. Gestern hergekommen, heute von uns sie gleich wieder abkommen. Das ist schon gut. Gut, das ist gut. Ich weiß schon. Alles verschickt. Bekommen wir es auch wieder. Das habe ich schon wieder angeboten bekommen. Nein, das gibt es ja vorhin bestimmt auch. Das ist auch Salat. Die Oben haben wir es auch gesehen. Es ist Jesus glaube ich selber gegangen, auch die Trittung. Haben Sie gesagt, oder? Ja, die Oben. Warte, die Oben. Ja, die Oben. Also heute, ich muss jemand runterfahren und dann läufst du hoch. Du bist doch nicht. Ja. War es nicht? Das ist aber ein. Das ist aber ein. Nein, nein. Ja. Hat er so. Christus.